hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von let's play mass effect 3 genau und ich würde sagen wir machen uns jetzt noch mal daran dieser ein sachen da hier zu finden die wir dafür unsere nebenquests finden sollten ist was grenze oder was genau und jo genau hier waren noch so nebenmissionen die wir von der citadel hatten und nebenbei müssen wir ja eh noch dass das 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 heißt ist denn oh gott jetzt komme ich nicht auf den namen citadel ne mission artefakt das war das wort was ich suchte bin ich hier überhaupt richtig hier ist irgendwie nix ich kann doch so viel scannen wie ich will hier kommt doch keiner glaube ich ja gut ist mal grenze suchen sie in der erstmal grenze nach der komponenten bringen sie sehen was sie schafft leute etc zurück ist mal grenze weil es ist jetzt akila ja aber akila ist die ist mal grenze ich gehe noch an die ganze planeten an ähm uh mit der ponto auch nichts weg hier wenn ich dass ich da irgendwie eine sonde vergessen habe das kann ja natürlich sein aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen die pini die pini das scheint aber das ist super zu sein ach auch was tue ich denn ich bin so dämlich so ja wenn dir ist mal grenze nix wird dann müssen wir halt nach irone wo wandern noch mal irone war das in wieland ist ach du scheiße die sind schneller als ich oder na wunderbar okay gut das wird nix das gar nicht gut so es ist das falsche system das denn dann noch mal die drei exe war es im exilus klassen topia da ist nur das system auch nicht petra nebel schön dass ich jetzt einmal so fliege aber ich hab sie ich hab's komplett vergessen wo irone war also das war die größte akademie sie wurde zwieger dekores sonst noch was gibt es ist die kurs und und nein auch nix ja nochmal zum wirbelschlund zurück ach komm urla rast aber sonst ist da auch nix ja sehr knapp allerdings so hier ist nichts das soll dieses mini system anders becken ab hier im kranz wenn ich den gedanken habe ich war da eben gerade eben schon so castellos die mei ich die mei ich soll sonst nix ne gibt es den vielleicht gar nicht das system oder den planeten anders becken anders becken ist doch ein aber da ist sonst nix ich guck mal kurz im internet nach so äh rune maßeffekt 3 so ähm so eiton cluster das ist schon mal schön weil ich den hier nicht gesehen habe das ist schon mal schön weil ich den hier nicht gesehen habe ja geschnitten ist mal grenze serpennebel apienkranz das ist äh nice den gibt es nicht ach so ach so ja okay ja okay okay das wusste ich nicht okay ich bin blöd also wir müssen erstmal die hauptmission machen sonst haben wir nämlich noch nicht alle systeme mach ich jetzt ein cut einfach nur damit sich nicht äh einfach nur damit sich nicht äh mit dem menschen bekannt als amare solm dieser schüchterne exzentriker war nach dem grundstudium als ihm wichtige astrogeologen die ersten sie sieboproben überließen er führte den bahnbrechenden test durch bei dem die massenverändernde eigenschaften festgestellt wurden nach seinem tod stritten der rivalisierende clans 300 jahre lang um das recht die eine entdeckung für sich zu beanspruchen den sieg bei diesem akademischen krieg trug schließlich erstaunlich genug die wahrheit davon so man muss in diesen azerinen feld dann ist das problem mal aufpassen ob da nicht noch mehr drin sind niemand sonst nicht anfliegt weil da können ja größere objekte drin sein aber hier scheint sonst nichts zu sein das ist so was wir denn hier halle grüße das hatten wir schon mal sarah drehen hat mir das auch schon mal das schwesterplanet ja das hatten wir schon mal ag kommen wir alles sehr bekannt vor irgendwie ok dann würde ich sagen machen den cut bis zur nächsten folge und